Katharine Sita Jones hat ihrer Tochter Carrie Sita Douglas mit einem liebevollen Instagram-Post zum 19. Geburtstag gratuliert. Katharine Sita Jones, 52, gratuliert ihrer jüngsten Tochter auf Instagram zum Geburtstag. Zu zwei Fotos der kleinen und großen Carrie Sita Douglas schreibt sie an die 19-Jährige gerichtet. Schönen 19. Geburtstag an meine wunderschöne Innen- und Außen-Carries, jeder Tag ist dank dir eine Freude. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Die liebevollen Worte schmückt die Schauspielerin mit einem Herzimoji. Auf dem ersten Schwarz-Weiß-Bild ist Carrie Sita im Kindesalter zu sehen. Sie umarmt ihre Mutter und beide strahlen in die Kamera. Auf dem zweiten Bild posiert die erwachsene Carrie Sita anmutig an einem Strand. Auch Carrie Sita Jones ist seit 2000 mit dem Schauspieler Michael Douglas, 77, verheiratet. Ihr erstes gemeinsames Kind, Sohn Dylan Michael Douglas, kam noch im selben Jahr auf die Welt. Carrie Sita Jones folgte drei Jahre später. Auch sie zeigt Ambitionen, in Hollywood Fuß zu fassen. Vor einem Jahr erklärte ihre berühmte Mutter, dass die Leidenschaft ihrer Tochter vor der Kamera lege.